Ein Gemüse-Abo ist ein Abo, das jede zweite Woche verschickt wird. Zusammen mit den Gebanen schauen wir, welche Gemüse, welche Beeren, welche Früchte haben wir in der Menge. Und dann wird das zusammengestellt mit unseren Produkten und dann mit den Produkten von Gebanen, mit den Trockenprodukten. Sei es Nüsse oder vielleicht eine Beere oder einen Fruchtsaft. Und so gibt es eigentlich ein Paket, das immer am Mittwoch verpackt wird, also jeder zweite Mittwoch. Und dann am Donnerstag eigentlich bei den Kunden auch. Wir versuchen das möglichst, wenn die Saison das zuletzt. Dass es abwechslungsreich ist, dass es vor allem etwas drin hat. Und jede zweite Woche möglichst andere Produkte drin. Sohn Jetzt Vielen Dank.